Wenn du eine Person mit Borderline-Persönlichkeitsstörung bist oder aber jemanden kennst, bei dem diese Krankheit diagnostiziert wurde, ist dieses Video ganz besonders interessant für dich. Denn wir sprechen hier über eine Reihe von typischen Eigenschaften von Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, welche zwar häufig vorkommen, welche den Betroffenen allerdings nur selten wirklich bewusst sind. Naja, und deswegen ist es ganz wichtig, diese Eigenschaften in diesem Video einmal anzusprechen, damit die Betroffenen oder natürlich auch du als Angehöriger diese Eigenschaften am Ende besser reflektieren kannst. Ja, die erste Eigenschaft, welche Menschen mit Borderline sehr häufig aufweisen, ist eine hohe Empathie. Aber Achtung, hier muss man aufpassen. Mit dem Empathiebegriff im Hinblick auf die Borderline-Persönlichkeitsstörung wird häufig ein gewisses Schindluder getrieben. Es kommt nicht selten vor, dass selbst die Therapeuten der Menschen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung den Borderlinern sagen, hey, du hast ja die Diagnose Borderline von mir bekommen und damit geht ja auch einher, dass du sehr, sehr empathisch bist. Borderliner haben alle eine ganz gute Empathie, können sich sehr gut in andere hineinversetzen. Ja, so einfach ist es tatsächlich nicht. Der Empathiebegriff umfasst natürlich verschiedene Dimensionen und der Empathiebegriff wird auch von Fachläuften häufig immer ein kleines bisschen anders verwendet. Wenn man also Menschen mit Borderline schon eine hohe Empathie zuspricht, müsste man das auch vorher genauer definieren, was damit tatsächlich gemeint ist. Richtig ist, Menschen mit Borderline sind häufig sehr hochsensibel für ihren Gegenüber. Das heißt, Borderliner erkennen häufig sehr, sehr schnell und das teilweise sogar schneller als ihr Gegenüber selbst, was diese Person denkt und wie es dieser Person gerade geht. Dabei hat man allerdings auch herausgefunden, das heißt in entsprechenden Studien, welche sich damit beschäftigen, dass Menschen mit Borderline vor allen Dingen negative Gefühle sehr viel deutlicher und schneller erkennen als Menschen ohne Borderline. Sobald die Gefühlsausdrücke des Gegenübers allerdings in Richtung neutral gehen, das heißt, diese Gesichts-, ja, die Mimik, die eine Person zeigt oder, ja, das Verhalten, das eine Person zeigt, je mehr das in Richtung neutral und in Richtung uneindeutig geht, neigen Menschen mit Borderline auch dazu, sogenannte empathische Fehlleistungen zu zeigen. Das bedeutet, sie wissen häufig nicht, was soll das jetzt genau bedeuten und haben eine Tendenz dazu, erst einmal Ablehnung und Negativität zu unterstellen, anstatt, wie gesagt, den neutralen Ausdruck von Gefühlen und Emotionen auch als neutral festzustellen. Das ist eine Sache, die muss von Menschen mit Borderline natürlich immer bedacht werden und da sollte genau reflektiert werden. Es ist meiner persönlichen Meinung nach ein sogenannter Bärendienst, wenn Therapeuten ihren Klienten einfach einhämmern, hey, du bist Borderliner und natürlich hast du eine hohe Empathie, denn das führt ja auch wieder dazu. Und Achtung, das ist jetzt ein ganz besonders spannender Aspekt, dass Menschen mit Borderline ihre so empfundene Ablehnung eines Gegenübers, der sich aber vielleicht einfach nur neutral verhält, auch tatsächlich als Ablehnung für sich verstehen und sagen, ja, ich bin ja hoch empathisch und ja, ich erkenne doch, dass du mich ablehnst, erzähl mir doch bitte auch nichts anderes. Und das wiederum zementiert das Weltbild von Menschen mit Borderline. Denn das häufig zementiert, dass Borderliner ja sich isoliert und verstoßen fühlen von der Gesellschaft und hält sie natürlich somit auch in ihrer Erkrankung gefangen. Deswegen ja, Menschen mit Borderline sind häufig sehr empathisch. Das allerdings in dem Sinne, dass sie hochsensibel sind, insbesondere auf negative emotionale Äußerungen ihres Gegenübers. Bei neutralen Äußerungen haben sie hingegen häufig große Schwierigkeiten und neigen zu sogenannten empathischen Fehlleistungen. Ja, ein zweiter Punkt, der damit einhergeht. Menschen mit Borderline haben häufig eine extreme Furcht davor, von anderen verlassen zu werden. Diesen Punkt führe ich hier an, weil er tatsächlich in Zusammenhang steht mit dem ersten Punkt, unter anderem mit den empathischen Fehlleistungen. Menschen mit Borderline haben in ihrem Leben viel Zurückweisung erfahren in aller Regel. Das ging teilweise schon im Elternhaus los, dass die eigenen Eltern den Betroffenen gesagt haben, hey, du bist hier nicht erwünscht. Hey, du bist hier nicht gut und richtig. Wärst du mal wie dein Bruder oder wie deine Schwester? Oder vielleicht sogar, das sind harte Statements, ich weiß, wir haben dich nie gewollt und jetzt, wo du hier bist, hast du uns das Leben versaut. Etc. p. p. Diese Ablehnungserfahrung wird von Menschen mit Borderline häufig generalisiert und auf alle anderen Menschen übergestülpt. Naja, das ist einmal so. Wenn unsere Eltern uns so prägen, dass wir völlig fehl am Platz sind, dass uns keiner mögen würde, vor allen Dingen sie nicht, aber uns auch generell keiner mögen würde, keiner mögen könnte, naja, dann fühlen wir uns natürlich auch immer so im Kontakt mit anderen Menschen. Und das führt auch natürlich zu einem sogenannten Confirmation Bice, das heißt einer verzerrten Wahrnehmung für die Dinge. Das heißt, bei Menschen mit Borderline, und bitte bedenkt das, was ich jetzt am ersten Punkt in diesem Video gesagt habe, wenn ihr euch das nicht angesehen habt, weil ihr weitergeskippt habt, dann schaut euch das bitte nochmal an, weil es so wichtig ist. Und das heißt vor allen Dingen auch, sehr oder beziehungsweise sogar übersensibel auf Negativität und auch Ablehnung bei anderen zu reagieren. Diese Zustände bei anderen, der winzigste Hauch von Ablehnung, ja, vielleicht eine sachliche Kritik, wird extrem intensiv, ja vielleicht sogar beißend und schmerzhaft wahrgenommen. Menschen mit Borderline sind da häufig sehr überfordert mit, weil sie sofort in die Emotionen kommen. Sie haben selbst bei sachlicher Kritik häufig das Gefühl, jetzt, ja, werden sie in den Tiefen kritisiert und in Frage gestellt. Der Gegenüber, der hier eine kleine sachliche Kritik macht, ja, Menschen mit Borderline empfinden das häufig so, als würde dieser Gegenüber sie völlig in Grund und Boden kritisieren wollen, ihr Sein regelrecht negieren wollen. Ja, das hat ja eben etwas damit zu tun, dass Menschen mit Borderline da so übersensibel krass auch sind. Und das führt eben, ich habe es gerade schon gesagt, eben auch dazu, dass Menschen mit Borderline sich ganz, ganz schnell verlassen fühlen von anderen. Jetzt könnte man natürlich sagen, Tom, du hast ja am Anfang des Videos gesagt, dass schon die Eltern die Borderline häufig, die Borderline häufig nicht gehabt haben. Und es ist ja mit Sicherheit auch so, dass es Menschen mit Borderline immer wieder widerfährt, dass sie verlassen werden. Und Tom, kennst du denn nicht die Berichterstattung in den sozialen Medien, wo viele, unzählige Menschen sich über die Borderline-Persönlichkeitsstörung und die Betroffenen ja regelrecht auskotzen und sagen, hey, Finger weg von Borderlinern. Geh bloß nicht in eine Beziehung mit einem Menschen mit Borderline. Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin regelmäßig auf YouTube unterwegs. Tom, führt das nicht dazu, dass die Menschen mit Borderline in ihrem Gefühl und ihrer Angst davor, verlassen zu werden, richtig liegen? Ja, das führt in gewisser Weise schon dazu, dass Menschen mit Borderline mit ihrer Angst, davor verlassen zu werden, überdurchschnittlich häufig richtig liegen, als Menschen ohne Borderline, als Menschen mit einem sicheren Bindungsmuster, als Menschen, die in einer Heiti-Taiti-Welt leben und in einer Heiti-Taiti-Familie groß geworden sind. Aber das ist ganz wichtig und deswegen sage ich das. Wir müssen das hier einmal herausstellen. Da ist auch eine erhebliche Selbstbeteiligung im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung mit drin. Denn dieses sich häufig übermäßig krass kritisiert zu fühlen, dieses sich abgelehnt fühlen, eher das Schlechte in den anderen Menschen sehen. Nun, das führt ja nun einmal dazu, dass es eben häufig auch die interpersonellen Konflikte, also heißt auf gut Deutsch Stress mit anderen, gibt. Das führt häufig dazu, dass Menschen mit Borderline häufig sehr impulsive Handlungen unternehmen, dass sie sich mit anderen streiten, weil sie meinen, da jemanden zur Rede stellen zu müssen. Und das führt teilweise sogar dazu, dass Menschen mit Borderline ihre laufenden Beziehungen von sich aus beenden. Und Achtung, jetzt wieder ganz genau hinhören. von sich aus beenden, um sich den Schmerz ersparen zu wollen, dass der andere sie eventuell verlässt, aus der Angst vor Ablehnung und verlassen zu werden. Das heißt, Menschen mit Borderline zerstören und beenden präventiv ihre Beziehungen, um dann hinterher, und das ist jetzt ganz entscheidend, wieder das Gefühl zu haben, jeder verlässt sie, beziehungsweise es kann ja eh mit niemandem klappen. Denn ich habe den anderen ja nur verlassen, weil er mich sowieso gerade schon verlassen wollte oder es kurz auf knapp war, dass er mich verlässt. Und das alles nur, weil Menschen mit Borderline häufig übermäßig negativ ihre Brille haben, weil Menschen mit Borderline häufig eine übermäßig krasse Angst vor dem Verlassenwerden haben. Das ist sozusagen eine Spirale. Das ist ein Kreislauf. Das ist eine Spirale, die sich bei Menschen mit Borderline häufig so gestaltet, dass sie in der Kinder- und Jugendzeit, beim jungen Erwachsenenalter vielleicht noch relativ lange Beziehungen führen. Das heißt, vielleicht von einem Jahr oder von einigen mehreren Monaten. Diese Beziehungen bei vielen Betroffenen sprechen hier immer nur über viele oder die meisten, natürlich nie über 99 Prozent aller Betroffenen oder 100 Prozent, es sei denn, ich sage das explizit, ja, dass diese Beziehungen immer kürzer werden. Und viele dann im Alter von 20, Mitte 20 sagen, meine Beziehungen, die halten nicht mehr länger als drei Wochen oder als eine Woche. Ich kann nicht einmal mehr Freundschaften führen. Bei mir eskalieren die Beziehungen schon, sobald ich auch nur drei Tage mit einer Person chatte. Das ist so ein natürlicher Verlauf, den die Beziehungen mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen immer wieder machen. Das heißt, sie werden immer kürzer, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Und auch hier, Obacht, das ist der typische Verlauf von Beziehungen oder das passiert Menschen mit Borderline häufig über die Lebensspanne. Und der Grund dafür ist die Borderline-Erkrankung beziehungsweise die typische Brille, die die Betroffenen in diesem Zuge aufhaben und ihr damit zusammenhängendes Verhalten. Das ist nicht, weil die gesamte Welt eine Neigung dazu hätte, sie jetzt innerhalb von zwei Wochen zu entsorgen oder weil es nur Menschen gäbe, die übel mit ihnen mitspielen. Kann ja auch gar nicht. Sonst würde es ja nicht da draußen Menschen geben, die langfristige Beziehungen führen, die eben keine Probleme haben mit Freundschaft. Aber die gibt es. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und deswegen gilt es gerade für Betroffene und für Angehörige, die hier bestimmte Muster durchschauen wollen, sich das einmal zu überlegen. Erst einmal einen Standpunkt einzunehmen, bei dem man sich rational selber so ein bisschen aus der Vogelperspektive reflektiert und sich erst einmal der Strukturen des eigenen Verhaltens bewusst werden kann. Nur dann kann man sich auch davon distanzieren und kann, das ist ganz wichtig, sich alternative Handlungsoptionen überlegen. Wenn ich immer nur mich selbst aus dem Tunnelblick meiner eigenen negativ zentrierten, eingefärbten Wahrnehmung sehe, dann bin ich immer sehr eingleisig in meinem Verhalten. Ich habe Schwierigkeiten, mir weitere Handlungsoptionen, die wiederum auf alternativen Szenarien, die wir uns überlegen müssen, vorzustellen, zu entwickeln und dann in der letzten Konsequenz auch durchzuziehen. Ja, das sind zwei wichtige Punkte und Verhaltensweisen von Menschen mit Borderline. Das heißt, eine negativ eingefärbte Hochleistungsempathie und eine häufige Angst davor, verlassen zu werden, inklusive einer großen Empfindlichkeit gegen Kritik. Das geht sogar so weit, dass Menschen mit Borderline ein sehr ausgeprägtes Schwarz-Weiß-Denken haben. Das hat etwas mit den für Menschen mit Borderline so typischen Spaltungsvorgängen sogar zu tun, also dass Menschen mit Borderline eine Neigung dazu haben, ihren Gegenüber und sich selbst übrigens zu idealisieren oder zu entwerten. In einem Augenblick ist der neue Partner der tollste Mensch auf der Welt und im nächsten Augenblick die verachtenswerteste Kreatur, die einem nur Böses will. Das Gleiche, ich sag's nochmal, beziehen Menschen mit Borderline auch häufig auf sich. Im einem Augenblick finden sie sich eigentlich ganz toll, finden sich vielleicht sogar mega toll, finden sich vielleicht sogar super sexy und im nächsten Augenblick, ja, da spucken sie auf sich selbst herunter. Das hat etwas damit zu tun, dass Menschen mit Borderline natürlich einen gewissen Selbst- oder Ich-Wert-Kampf ausführen. Ich-Wert-Kampf. Das habe ich letztens in einem Kurzvideo von der inzwischen verstorbenen Vera F. Birkenbier gehört. Fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Weil natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, das, was die Eltern meistens einem damals schon eingetrichtert haben, das, was einem im Hier und Jetzt immer wieder widerfährt, ja, mit anderen, was dort einem passiert, das natürlich auch die anderen im Internet schreiben oder einem ins Gesicht sagen, hey, du bist Borderliner, mit dir sollte man nichts zu tun haben. Borderliner, die gehören alle in den Wald geschickt, die sollten gar nicht an unserer Gesellschaft teilnehmen. Und ganz wichtig, ich zitiere hier nur das, was man häufig leider in den sozialen Medien zum Beispiel hört. Das ist nicht meine Meinung, das ist nicht eine Aussage von mir, das ist ein beklagenswertes Zitat, welches ich nicht teile. Ja, dass dieses Schwarz-Weiß-Denken, auch im Hinblick auf sich selbst, hat natürlich etwas mit dem inneren Kampf zu tun. Wir müssen uns das vorstellen. Irgendjemand sagt dir oder mir, hey Tom, du bist der letzte Versager. Deine YouTube-Videos sind der letzte Schmutz. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du solltest gar nicht existieren. Ja, das tut mir natürlich weh und das zieht mich runter. Und dann wiederum, wenn ich meine innere Mitte diesbezüglich noch gar nicht gefunden habe, wenn ich das, ja, wenn ich das nicht wirklich demütig, das heißt, ja, einfach aus der inneren Ruhe neutral und objektiv betrachten kann und sagen kann, hey, ich habe vielleicht nicht die aller, aller, allerbesten Videos auf YouTube, aber trotzdem, sagen mir viele Leute, ich hätte ihnen geholfen, dann passt das schon. Dann, wenn ich dagegen ankämpfe, gegen diese Negativkritik, dann werde ich natürlich über das Ziel hinausschießen. Dann werde ich mit dem Holzhammer draufhauen. Das ist halt einfach so. Unbeholfene Versuche, einen Missstand zu beheben, führen häufig zu Überreaktionen. Und das ist auch bei Menschen mit Borderline natürlich so, die dann in ihrem Selbstbild aufgrund der Entwertungen, welche sie erfahren haben, häufig sehr massiv schwanken. Das ist ihr innerlicher Kampf, sich selber zu stabilisieren. Da gehören auch Spaltungsvorgänge mit rein. Spaltung heißt, bestimmte Aspekte von sich selber zu verdrängen oder von anderen zu verdrängen und nur noch die anderen Aspekte zu sehen. Richtig, aber auch diese Spaltungsvorgänge sind ja Ausdruck des Versuches, einen Konflikt, der besteht, zu lösen. Auch hier ist es wieder ganz wichtig zu verstehen, in die innere Mitte oder in die Betrachtungsmitte zu kommen. Vielleicht noch ein Satz zur Spaltung. Wie entsteht das? Ja, die gängigste Theorie ist die und da habe ich auch persönlich gar nichts dran auszusetzen, dass Menschen mit Borderline, die ja von ihren Eltern abhängig sind und die von ihren Eltern häufig schon entwertet wurden oder Schlimmeres erfahren haben, trotzdem noch irgendwie versuchen müssen, eine positive Sicht auf die eigenen Ernährer zu haben, weil man sich als Kind, sagen wir im Alter von vier, ja nicht von den Eltern distanzieren kann. Man ist abhängig davon. Na, wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben da einen Vater oder eine Mutter, die einen wirklich massiv schlecht behandelt. Kleine Kinder müssen ja trotzdem, um immer wieder zu dieser Person gehen zu können, um sich das Abendessen abzuholen, etc., das Taschengeld, whatever, immer noch irgendwie einen positiven Bezug zu diesen Personen haben und das wird eben konstruiert, indem die ganzen Grausamkeiten abgespalten werden in aller Regel und nur noch das positive Bild der Eltern bestehen bleibt. So lange, bis man vielleicht nicht mehr verdrängen kann, weil es wieder zu bestimmten Handlungen oder Situationen kommt. Würde das das Kind nicht tun, dann käme es sehr schnell zum, ja welchen Ausflug verwende ich jetzt? Ich möchte das bildlich darstellen, dass man ja ein inneres Bild hat, ja zum Psychotod, sage ich einmal. Ein Kind, das von Menschen abhängig ist, dem man nicht ausweichen kann und wo man hingehen müsste und sie total negativ, aber auch in diesem Moment sieht, ja da wird man ganz klein, da wird man ganz eng. Da ist nur noch Dunkelheit in einem. Und eben, um eben in dieser Dunkelheit das Licht dennoch entzünden zu können, entwickeln Borderliner diese Spaltung. Ja, wie können wir dieses Video positiv abschließen? Wichtig ist es zu verstehen und ja, das mag dich da draußen triggern, wenn du das jetzt hörst. Auch das wieder paradoxerweise, also lasst uns bitte hier kurz einen Moment verweilen. Ich habe ja jetzt echt viel über negative, krasse Sachen gesprochen, ja, ein Quell der Trauer, dieses Video bis hierhin. Jetzt müsste ja eigentlich dieses Video dich da draußen triggern, ja, und sagen, wow, krass. Jetzt ist es so, dass Menschen mit Borderline inzwischen, das weiß man aus diversen Studien, gute, sage ich einmal, Heilungschancen haben, die Borderline-Persönlichkeitsstörung zu überwinden. Borderline gehört heute als die am besten zu behandelnde Persönlichkeitsstörung von allen Persönlichkeitsstörungen. Ja, und das, genau das eigentlich, diese positive Nachricht triggert jetzt ganz viele Menschen mit Borderline, weil es einen Ohnmacht- und Verzweiflungsschmerz in ihnen hochkommen lässt, weil sie sich dort noch nicht befinden, weil sie vielleicht seit Jahrzehnten um diesen Punkt kämpfen und es nicht erreichen. Da könnte das, was ich jetzt hier sachlich-neutral formuliere, Fakten, die ich aufzähle, ja, als wieder, als eine, durch den Confirmation-Bias, die übermäßig verzerrte, und deswegen ist es so interessant, bei diesen Punkt jetzt hier zu verbleiben, Kritik als Vorwurf. Ich sage ja, Borderline gilt heute als sehr gut behandelbar, positiver Ausblick. Das heißt natürlich erstens wiederum nicht, dass alle Menschen mit Borderline es schaffen, aber die meisten tatsächlich. Und selbst das wird durch diesen, weil man immer das Negative sieht, wird das häufig jetzt von vielen Zuschauern, ich weiß es, weil ich mache ja nicht das erste YouTube-Video, als bedrohlich wahrgenommen, dass ich ihnen einen, dass ich dir da draußen einen Vorwurf machen würde, hey, warum hast du es noch nicht geschafft, oder streng dich mal an, oder dass du einfach verzweifelt und ohnmächtig bist und sagst, ich kämpfe und kämpfe, aber ich schaffe das nicht, was dieser Mann im Video mir hier als fast schon Selbstverständlichkeit scheinbar präsentiert. das hat damit zu tun, dass man übermäßig stark in der negativen Selbstwahrnehmung ist. Verständlich, wohlgemerkt, auch das kein Vorwurf, aber wir müssen das einmal feststellen. Ja, die Borderline-Persönlichkeitsstörung gilt als sehr gut behandelbar und vor allen Dingen, wenn man die Muster, die ich in diesem Video hier gerade aufgezählt habe, angeht und reflektiert und dafür mache ich dieses Video, das ist kein Bashing-Video, keines meiner Videos hier oder veröffentliche, um auf Borderlinern rumzuhauen. Warum auch? Was haben Borderliner mir getan? Nichts. Da wirklich reflektieren und auch die Sachen in diesem Video hier nehmen, die ich gesagt habe. Vielleicht das Video auch noch einmal anschauen, sei es jetzt gleich oder sei es später und bei einem Tee sich den machen und da mal genauer drüber nachdenken, auch ein Gefühl dafür zu bekommen, dass man sich häufig und das ist ganz wichtig in einer Art emotionalen Tunnelblick befindet. Menschen mit Borderline sind auch sehr impulsiv in aller Regel. Deswegen heißt es im deutschsprachigen Raum ja auch die emotional instabile Persönlichkeitsstörung aufgeteilt in einen impulsiven Typus und einen Borderline-Typus, der aber auch die ganzen Kriterien des impulsiven Typuses beinhaltet. Zumindest laut ICD 10 ist so die Bezeichnung gewesen und noch immer. Ja, dass man aus diesem intensiven Tunnelblick mal rauskommt. Ja, dass man macht dir das klar, wirklich. Ich weiß in etwa, wie sich das anfühlt, denn auch ich war in meiner Vergangenheit ja sehr, sehr zackig unterwegs, sage ich mal, was manche Sachen anbelangt, dass man häufig in diese Wahrnehmung ein Regelrecht durch die Emotionen, also links und rechts nichts mehr sehen kann. Man ist immer wie gehetzt in seinen Reaktionen. Stimmt es oder stimmt es nicht? Bist du in deinem Verhalten häufig wie gehetzt? Folgt die eine Tat auf die andere, ohne dass du dich da selber ausbremsen kannst oder versuchst, dich auszubremsen? Handelst ganz schnell. Dominokette. Das eine passiert, du reagierst sofort. Du reagierst nochmal. Der andere macht dann irgendwas so, du reagierst nochmal. Es ist eine Eigendynamik, ein Zug auf einem Gleis, der nicht zum Stoppen kommen will, in einem dunklen Tunnelhausschmerz. Ja, sehr poetisch von mir. Trotzdem, ich möchte dir etwas verdeutlichen. Und deswegen meine Empfehlung, versuche auch, die Geschwindigkeit rauszunehmen aus deinen Handlungen. Dich selber mal auszubremsen. Versuche, wirklich aus einer Metaperspektive dich zu sehen, dich auch mal zu distanzieren von dem eigenen, das ist jetzt nicht stigmatisierend gemeint, ich möchte nur etwas verdeutlichen. Wie gesagt, ich weiß es, ich war selber sehr zackig drauf in meinem Leben, den eigenen Wahnsinn einmal auszubremsen und mehr Weite, mehr Handlungsoptionen sich auch zu überlegen. Was könnte ich denn noch tun? Muss ich jetzt diese WhatsApp schreiben? Muss ich diesen Wutanruf tätigen? Muss ich diesen Brief, den ich hier schreibe, sofort abschicken? Oder ist es besser, den eine Nacht liegen zu lassen, nochmal von wem anders lesen zu lassen und dann vielleicht sogar nicht abzuschicken, weil man im Nachhinein durch die Verlangsamung erkennt, das wäre blöd gewesen und hätte zu noch mehr Ärger geführt, hätte wieder dazu geführt, dass ich abgelehnt werde, dass ich Probleme bekomme, dass ich meine Angst, verlassen zu werden, selber ja auch als selbsterfüllende Prophezeiung irgendwo erzeuge. Ja, soviel mal zu diesem philosophischen Video. Ich könnte natürlich noch sehr viel mehr sagen, aber, naja, wir wollen es ja auch nicht übertreiben, was die Videolänge anbelangt. Irgendwann ist die Konzentration ja auch einmal platt, sowohl bei dir oder euch als meinen Zuschauern als auch bei mir, dem Redenden. Es ist aber sehr, ja, ja, ich abonniere gerne diesen Kanal, wenn du noch mehr hören möchtest, okay, falls du es noch nicht gemacht hast. Jede Woche kommt hier mindestens ein neues Video zum Thema Borderline. Und es gibt natürlich auch schon unzählige Borderline-Videos hier auf meinem YouTube-Kanal. Egal, eine Empfehlung bekommst du jetzt noch zum Schluss, wo du gleich draufklicken kannst, ein Video, das dir gefallen wird, vor allen Dingen auch zum Thema Empathie, Hochsensibilität, negative Empathie, ja, und Wahrnehmung, ja, wie sind denn die Menschen, wie sind die Dinge, wie nehme ich mich selbst wahr? Wenn du mich allerdings vorab, bevor diese Empfehlung kommt, unterstützen möchtest, kannst du das sehr gerne tun. Und du kannst das durch eine Kanal-Mitgliedschaft machen, Link ist in der Videobeschreibung oder du kannst auch auf Paypal eine freiwillige Zuwendung da lassen. Damit unterstützt du mich und dieses ganze YouTube-Projekt außerordentlich. Rechts unten meine Borderline-Playlist reinchecken und rechts oben meine Video-Empfehlung für dich, wo es ganz viel um das Thema Hochsensibilität, Emotionen, Wahrnehmung und die daraus entstehenden Konflikte geht. Haltet wie immer die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen. Ja, und ich denke doch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Tom. Ich denke doch,